Dr. Gordon, Ihr Ziel in diesem Spiel ist es, Adam zu töten. Tun Sie das nicht, wird Diana sterben. Er ist ein wahrer Künstler. Er richtet es so ein, dass seine Opfer sich selbst umbringen. Und ein Psychopath ohne Erbarmen. Wir sollen gar nicht die Ketten durchsägen. Wir sollen uns den Fuß... Ein knallharter Reißer mit coolem Finale. In meinem Zimmer ist ein Mann. Nach sieben kommt nicht acht, sondern... Oh mein Gott! So, im Kino.